hallo und herzlich willkommen 1 gibt dir rüstung musste auch schon dass du das immer mal drückst nicht immer aber wenn jetzt am elite dran bist und also taste 2 ist wichtig zu kontrollieren die musste wirklich im rift beim starten drücken fertig und wenn du natürlich gestorben ist okay sonst nicht mehr aber du musst gucken dass die taste 4 die was ist das rache auf deutsch rache rache genau dass das immer aktiv ist okay herzlich willkommen zum late night sunday diablo streaming wir machen mal eine kleine runde und genau kleine runde du hast jetzt den schatten dh du musst dich erstmal einspielen also 2 ist aktiv äh ja 2 ist an 4 auch immer schauen dass es an ist okay und alle fünf sekunden salto machen okay das nächste problem ist du musst schauen dass also du hast jetzt diesen schlüpfigen ring an der gibt dir 60 prozent damage reduce das ist das was den eins der dinge was den dh den schatten dh so stabil macht und du hast diesen akut akuras im cube an der sagt noch mal 90 prozent ne ab 90 prozent wieviel macht der und 50 prozent damage reduce aber nur wenn du den hass voll hast oh gott das heißt hass ist das rechts von den beiden das rote okay und du schießt ja damit deswegen ist das ist eigentlich nicht kompliziert das geht schon irgendwann über weil wenn du jemanden auf jemanden schießt und ihn auch triffst also nicht daneben schießt dann bekommst du durch den deutsch hass zurück das ist zu viel informationen okay ich das ist jetzt nur die erklärung so das heißt kein hass 50 prozent damage reduce fehlt das heißt du bist tot okay das werdet ihr nicht überleben so herzlich willkommen okay weil das kann man nämlich auch umrollen aha dass man aus einer schulter irgendwas anderes macht auf einmal ja das habe ich bei dir gemacht äh das ist ja verrückt also ich muss eigentlich darauf achten dass immer alle tasten an sind äh nein du musst darauf achten grob im spiel also einmal beim starten im rift dass die taste 2 aktiv ist und danach muss ich sie nicht wieder drücken nein das set heißt ja schattenkraft ist immer aktiv wenn du also das volle set hast okay cool zum glück rauch ich nicht ich trink nur tomatensaft herzlich willkommen zum late night stream diablo 3d Diablo 3d ich brauche mehr zeit was denn das not blazy herzlich willkommen kannst uns übrigens joinen dann hört man dich auch stimmt ich habe flügel an ich weiß gar nicht mehr von wann die sind hä von wann sind die denn das ist vom schatten set ach die sind vom schatten set lol ich dachte so mega mega das krasse feature jetzt bin ich abgehauen und der portalwechter ist gekommen oh mein gott ähm cuben das also die morgen wärmerung brauchst du für den bild was soll ich tun identifizier mal deine items mach mal dein inventar leer also ich soll es erst identifizieren ja ja im stream guckst du nach links what the fuck warte mal akülakuras ich geh jetzt einfach mal mein mein i wenn man auf i klickt okulus ring ist gut oder nicht kannst du deinen begleiter anziehen werf den ring einfach ins feuer meine verzauberin die hat gar nichts mehr an die hat auch nichts an du hast den templar templar gehabt ich bin mir ein bisschen unsicher aber ja ok gut dann zerstöre ich das jetzt einfach alles zack 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 dann lass uns einfach die nächste ebene gehen boah das ist echt creepy ich kehre in die stadt zurück vor allen dingen wenn du es nämlich noch den Tobi geben kannst ja ich guck mal bin mir nicht so sicher ach ne ne das war black thrones kreuz von don craig dann schnapp sie dir hallo und herzlich willkommen zum diablo late night streaming irgendwie jedes mal habe ich so einen Satz den ich immer wieder wiederhole ach late night so spät ist eigentlich noch gar nicht auf achso ja genau auf was soll ich denn bei der kardala jetzt am besten auf die sachen die du anhörst in gut ok also ist egal was achso du brauchst du brauchst nein äh du brauchst noch nemesis bitte für das Bild ok tun wir mal auf ein paar schöne armschienen gambeln heißt das überhaupt gambeln oder wie nennt man das ist nicht gambeln ne japan die hat gerade gesagt was das hatte ich dabei schnapp oh ich hab armschienen da nämlich sie es bekommen ja Glückwunsch ist lightning drauf ähm schreinern und pelonen lassen einen gegnerischen champignon champignon haha und getötete Gegner 187 Erfahrung Ist das Lightning? Nein, gehen wir mit der Maus drauf. Ich bin drauf. Ja. Wir brauchen ja ein paar Sekunden, ich sehe. Oh. Ah, okay, die sind nicht so toll, aber regeneriert Leben pro Sekunde, tust du bitte umrollen. Also trotzdem dann erstmal nehmen? Ja. Oh, wow, cool. Ach, das heißt, der hat komplette OP, der ist alles FOL? Ja. Warum habe ich den nicht an? Solche Eifel hebst du alle auf. Alle? Okay. Haben die dann einen roten Rahmen, oder wie? Ja. Ach, das sind also noch mehr als Super-Mega-Legendär, sondern dann... Das sind die, und zwar genau die Super-Mega-Legendär. Ach, krass. Ich dachte, das wären jetzt so, wie nennt man das, Metagalaxisch-Legendär. Ja, genau das sind die. Okay, krass. Mehr ist nicht. Okay. Und warum habe ich das nicht an? Weil's nicht zu dem Set passt. Achso. Gut. Oh, ich höre, da geht ein Nephal im Portal auf. Nichts wie rein. Attacke. Herzlich willkommen zum Late-Night-Diablo-Streaming 3D. Das wird interessant. Finsternis erwartet euch. Finsternis erwartet euch. Willkommen zurück. Hallo. Hi. Willkommen zurück. Was hast du gerade gemacht? Du bist über was? Über Twitch? Ja. Über Twitch gejoint. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Aber ich muss noch irgendwie ein cooles Bild machen, was an ist, wenn ich nicht online bin. Kannst du alles wegschmeißen, Nika. Kann ich alles wegschmeißen? Hast du zu viel? Oh, okay. Kein Problem. Ja, das muss ich schon noch machen. Ich bin da noch nicht zu gekommen. Ich habe erstmal diese Buttons heute entworfen. Einen provisorischen Banner, wenn mein Video offline ist. Aber sonst bin ich heute leider nicht zu weiteren kreativen Tätigkeiten bei Twitch gekommen. Denn ich habe heute das YouTube-Video zu Ende geschnitten. Paruka will Part Nummer 2. Ich habe hier nochmal so Wickel der Klarheit gefunden. Ist das was Gutes oder soll ich es wegmachen? Gutes. Herzlich willkommen zu Diablo Late Night Session. Ich muss hier überleben, aber ich sage euch trotzdem guten Abend und hallo. Ich teleportiere mich mal zurück. Hey, verehrte Dame. Dann kannst du schließen, Nika. Mhm. Warum postest du die Items nicht ingame im Chat? Äh, weil ich nicht weiß, wie das geht. Als ob. Oh mein Gott. Nee, man muss da irgendwas, genau, irgendeine Taste gedrückt halten, ne? Aber... Du, ich habe keine Ahnung. Stimmt, das könnte ich eigentlich machen. Aber das Stream, das ist gerade so neu für mich, ist ja mein zweiter Stream today. Yeah, hello. Herzlich willkommen. Und, ähm... Ist doch voll cool. Dann können die hier so interaktiv mit meinem Chat, äh, mit meinem Chat, mit meinem Stream interagieren. Interaktiv interagieren. Das finde ich ganz, ganz großes Kino. Ich brauche mehr Zeit. Genau so. So halb am Ausrasten. Ja, ne? Der Club ist voll. F-O-L. Ihr kommt hier nicht rein. Ich brauche hübsche Armschienen. Sonst wird das hier nichts mit Diablos Next Topmodel. Ja, ne? Ich teleportier mich? Ich teleportier mich? Also, wenn ich hier auf diesen Ulrich klicke, dann kommt da ja dieses bla bla bla, dann fängt er an zu reden und das ja ein bisschen schneller redet. Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel die Story spielt, ja? Die Kampagne in unter einer Stunde und dann schafft man das nicht, weil die immer so lange reden. Weißt du, was du was nennst? Nein, was? Ein Speedrun. Ein Speedrun? Ne, kein Speedrun. Doch, wenn man in der Eile ist. Das war ganz speedy. Speedy. Tobi, du hast jetzt alles, ja? I have the best moderators in the world. Hortly, welcome to Diablo 3D Streaming Live Night Session. Diablo Zocking Session Double Point Capital D. Capital D. Das ist ein Fehler in der Matrix. Ihr seht gerade nicht recht. Da habt ihr es. Es ist ein Fehler in der Matrix. Ihr seht gerade nicht recht. Warte, shit, warte, stopp. Ich habe noch gar nicht abgeholt. Nein. Nein, nein. Das kann es doch wohl nicht sein. Ich habe gesagt, noch nicht zumachen. Na los, dann komm zu mir. Ja, aber ich habe... Jetzt... 10 Sekunden. 9, 8. Alter, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Ach du Scheiße. Ich bin überlastet. Ich bin überlastet. Ey, wollen die mich ver... Ah... Rennen. Ich habe das Set voll. Hortly, welcome to the Diablo late night streaming. Okay. Lauf einfach an den vorbei, ne? Ich habe keinen Bock... Ich habe keine Lust... Ja, du sollst nicht... Du sollst nicht an dem vorbeilaufen. Schieß halt abends mal. Ach so, ja. Ich habe keine Lust auf Stress. Ruh doch keinen Stress. Ich will nur kurz vorbei. Ich will nur an meine Legendaries aus dem Weg. Bitte nicht kloppen. Hot, Tila, hot, hot. It's hot, Tila, hot, hot. Ich finde es irgendwie voll merkwürdig, so direkt der Kamera in die Augen zu gucken. Das ist irgendwie so... Warum? Ich weiß auch nicht. Staring into the Abyss. Die Kamera, die hat doch direkt hier so das Hauptauge. Hauptauge. Das ist wie von Monster AG, der kleine Grüne mit dem Auge auf dem Kopf. Wir machen hier gerade ein Wahnsinnsparadoxon Nummer 1 Rift. und versuchen hier ein bisschen Gerechtigkeit walten zu lassen und die Bösewichte platt zu machen. Ganz einfach. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Alle neuen Zuschauer, die neu dazugeschalten haben, finde ich ganz, ganz große Klasse. Zoom ich ran. Und jetzt... Geht das im Kleinen? Ja, das geht. Jetzt dehnt sie noch eine Runde ab und ich sage Adieu und gute Nacht bis zum nächsten Mal hier im Stream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass einige noch bis jetzt da geblieben sind. Und ja, gute Nacht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.